Liebe Studierende, jetzt ist es geschafft. Hinter uns liegt ein Semester, das ungewöhnlich war, so ganz anders, als wir es uns am Anfang vorgestellt hatten. Vor allem aber wollen wir natürlich die Preisträgerinnen und Preisträger unseres Video-Wettbewerbs feiern. Wir waren als Team von TGI at Home vollkommen überrascht, wie genial zum Teil die Einsendungen waren. Mit ihren Videos haben sie die Aufgaben, die wir in den Übungen in den Repetitorien behandelt haben, für ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen greifbarer und begreifbarer gemacht. Es geht, wie Sie wissen, um jede Menge Mozart-Kugeln und es hat uns sehr viel Spaß gemacht und offenbar Ihnen auch. Und einen kleinen Ausschnitt davon bekommen Sie wieder am Ende dieses Videos zusammengefasst zu sehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war alles für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bleibe gesund! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.